Heute deployen wir ein kleines Vue.js Projekt mit der Hilfe von Aionos Deploy Now. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, mit Vue.js eine ganz, ganz kleine Mini-Webseite zu bauen. Dieses Video ist aber kein Vue.js-Tutorial. Das heißt, ihr solltet schon ein bisschen Vue.js und die Kniffe dahinter können, um diesem Video bestmöglich folgen zu können. Der Kern dieses Videos ist vielmehr, wie man eine solche kleine Anwendung oder ein kleines Frontend einfach auf einen Server schiebt. Also wie leicht ihr quasi mit Aionos Deploy Now eine Vue.js Umgebung, ein kleines Vue.js Testprojekt von euch auf einen Server schieben könnt, um es mit Freunden zu teilen, um es vielleicht als eigene kleine Website zu nutzen oder einfach für Kunden quasi zu hosten. Das Ganze ist extrem einfach, wird natürlich unterstützt durch Aionos. An dieser Stelle herzlichen Dank! Alle wichtigen Links zu Aionos Deploy Now und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch das Ganze angucken. Ansonsten, ja, worum geht es? Wir werden jetzt gleich uns den Workflow angucken, wie quasi so eine produktive Staging-Umgebung aussieht, wie man sie nutzt, wie man sie integriert. Wir werden ein kleines Testprojekt bauen, das Ganze dann deployen, modifizieren und auf eine Staging-Umgebung deployen und dann quasi das Ganze merchen, um ein finales Projekt zu haben. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, sehr spannend, spart euch wahrscheinlich eine Menge Zeit. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, einfach mal mit anderen quatschen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's wie immer mit ein bisschen Theorie zum Anfang. Und zwar, worum geht es eigentlich? Wie kann uns IONOS helfen, unsere Entwicklungsumgebung, unseren Entwicklungsflow quasi zu verbessern, zu vereinfachen? Und es startet eigentlich immer damit, dass wir erstmal etwas entwickeln. Das Ganze wird dann getestet und im Anschluss als Release auf einem Server ausgebracht. Diese drei Schritte finden sich in gewissen Abwandlungen eigentlich in jedem Frontend-Projekt wieder und auch in fast jedem anderen Software-Projekt. Prinzipiell gibt es aber zwei Zwischenschritte, die sich immer wiederholen. Und zwar einmal das Deployment auf eine sogenannte Staging-Umgebung zwischen dem ersten Schritt der Entwicklung und dem zweiten Schritt des Testings und im Anschluss ein Deployment auf die sogenannte Produktionsumgebung, wo dann der Code quasi live im Internet ist nach einem Release. In dem Moment sind diese beiden Schritte quasi permanent am Wiederholen. Jedes Mal, wenn wir etwas releasen, führen wir diese Schritte durch und sie sind immer identisch. Sie unterscheiden sich in der Regel nicht. Und das bedeutet, sie wiederholen sich. Und wenn etwas wiederholt wird, heißt es, diese beiden Schritte müssen wir automatisieren, damit wir als Entwickler die Arbeit nicht mehrfach machen müssen. Und wie wir das mit IONOS Deploy Now jetzt umsetzen und vor allem mit Git auch integrieren, gucken wir uns im nächsten Kapitel an. So, um das Ganze wirklich zu verstehen, müssen wir uns GitHub nochmal ein bisschen genauer angucken. In GitHub gibt es grundsätzlich immer einen sogenannten Branch. Dieser Branch nennt sich in der Regel Main Branch. Ältere Repositories haben hier auch noch Master, wobei mittlerweile automatisch, glaube ich, Main erstellt wird. Auf eurem Main Branch befindet sich in der Regel der produktive Code eurer Anwendung. Egal ob Website, Backend oder was auch immer, der produktive Code liegt auf dem Main Branch. In den meisten Fällen gibt es neben dem Main Branch auch einen sogenannten Staging oder Develop Branch. Diese haben die Aufgabe, euren aktuellen Entwicklungsstand zu zeigen und haben in der Regel neue Features oder Bugfixes in sich, die noch nicht ausgerollt sind. Das bedeutet, in dem Moment, wenn ich hier eine Änderung vornehme, also ein Commit auf unserem Staging Branch pushe, in dem Moment soll unsere Testumgebung, unsere Staging-Umgebung sich automatisch updaten. Und in dem Moment, wenn ich das tue, passiert das auch mit deploy now. Also in dem Moment, wenn ich ein Commit auf unseren Staging Branch quasi pushe, updatet sich die Staging-Umgebung. Ich mache eine weitere Code-Änderung, das Ganze updatet sich nochmal. Wenn ich dann sage, okay, eigentlich bin ich fertig, unsere neuen Features sind fertig, die Bugfixes sind eingespielt, jetzt können wir das Ganze ausrollen, dann möchte ich einfach nur noch in Git quasi einen Pull-Request stellen auf den Main Branch, sobald der gemerged ist, quasi wird die Produktiv-Umgebung geupdatet und wir können das Ganze auf unserer eigentlichen Webseite ausrollen und das Ganze ist abgeschlossen. Kein Entwickler muss hierfür Dateien durch die Gegend schieben, kein Entwickler braucht irgendwelche Zugangsinformationen. Das Ganze passiert automatisch im Hintergrund über Git und deploy now. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert mit View und natürlich GitHub. So, das Erste, was wir hier machen wollen, wenn wir ein neues Projekt anlegen, wir erstellen uns ein neues Repository. Okay, das Ganze nenne ich jetzt einfach UD IONOS mein Portfolio. Das passt für mich, ich erstelle aber direkt eine Readme-Datei, damit direkt ein Main Branch erstellt wird. In dem Moment drücke ich auf Create Repository und das ganze Repository wurde erstellt. Funktioniert wunderbar. So, wir sind hier auf der IONOS 1&1 Website und hier können wir jetzt auf Hosting und dann hier unten auf Deploy Now klicken und dann sind wir schon auf der Seite. Hier könnt ihr euch nochmal alles durchlesen, wenn ihr wollt, was Deploy alles macht. Aber wir klicken hier auf kostenlos registrieren. In dem Moment sind wir schon im Bestellvorgang. Wir sehen hier auch direkt, ein Monat kostet gar nichts. Also Vertragslaufzeit, ein Monat, es kostet nichts und es verlängert sich automatisch. Alles Wichtige steht auch nochmal hier, dass man quasi jederzeit das wieder beenden kann. Also das ist keine lange Verpflichtung, aber es kostet ja eh nichts. Deswegen gehen wir hier einfach auf Weiter. Und in dem Moment sollten wir jetzt euer Dashboard sehen mit IONOS Deploy Now. Das Ganze müsste dann so aussehen, dass hier Deploy Now kommt und wenn ich da drauf drücke, können wir ein neues Projekt erstellen. Das Ganze machen wir jetzt mal. In dem Moment sehe ich dann hier, dass ich mit meinem Account verbunden bin, dass hier quasi auf meinen GitHub-Account zugegriffen wird und ich kann jetzt sagen, ich möchte ein Repository auswählen und natürlich wähle ich das Repository aus, was wir gerade erstellt haben. In dem Moment sieht man hier, das Ganze wurde ausgewählt und man bekommt jetzt quasi Permissions, das zu tun und zu lesen. In dem Moment autorisiere ich das Ganze einmal und das hat jetzt auch funktioniert. In dem Moment müssten wir jetzt ein neues Fenster sehen und sagen, ich möchte gerne mein Repository deployen und sage Continue. In dem Moment bitte, dass Sie auswählen. Nochmal Continue. Und jetzt sollte hier die Frage gestellt werden, was wir eigentlich deployen möchten. In unserem Fall JavaScript. Und zwar Vue.js. Und hier einfach mit der NPMCI-Geschichte. Hier können wir alles so lassen, wie wir möchten. Man könnte jetzt beispielsweise auch noch eigene URLs setzen oder so was oder einen eigenen Build-Befehl, wo die Folder liegt und so was. Wir lassen das alles plain default und sagen Save and deploy. In dem Moment wird jetzt im Hintergrund das Deployment angestoßen und wenn wir jetzt auf unser Dashboard gehen, sehen wir hier, dass das Ganze Waiting for GitHub to Build. In dem Moment können wir das ganze Projekt auch mal öffnen. Hier sehen wir die Domain, wo später unsere Anwendung verfügbar sein wird. Wir sehen hier auch alle Branches und Umgebungen, die wir gerade nutzen. In dem Moment halt unsere Production Deployment, also unser Main Branch. Und hier kommt jetzt gleich auch noch 0 auf 1 unserer Staging-Deployments dazu. Darum kümmern wir uns im Anschluss. Aber erstmal gucken wir, was jetzt im Hintergrund passiert ist und öffnen dazu nochmal GitHub. Auf unserem GitHub-Repository sehen wir jetzt, dass ein Ionos-Deploy-Now-Bot etwas gemacht hat. Und zwar wurde ein Workflow hinzugefügt. Dieser Workflow wird automatisch hinzugefügt, heißt Deploy-Now. Und hier sehen wir, was passiert. Bei einem Event Push oder Workflow Dispatch, also wenn wir das manuell machen, wird dieser Job hier ausgeführt. Und zwar wird hier ein Run-Build ausgeführt, weil wir Vue.js deployen wollen. Aber wir haben ja noch gar kein Vue.js in unserem Projekt. Wenn wir das angucken, sieht es noch sehr leer aus. Das sorgt dafür, dass unsere GitHub-Actions natürlich fehlt. In dem Moment funktioniert also unser Workflow noch nicht. Das liegt aber nicht an Ionos-Deploy-Now, sondern daran, dass wir noch kein Vue.js genutzt haben. Und das sollten wir jetzt unbedingt im ersten Step mal hinzufügen, um quasi ein funktionierendes Deployment erzeugen zu können. So, ich habe hier schon mal das Repository ausgecheckt, was wir gerade erstellt haben. Wir sehen auch hier oben ist unser Deploy-Now-Workflow schon drin. Das müssen wir erstmal gar nicht weiter verändern. Nämlich das Erste, was wir hier machen, ist einfach npm init view at latest. In dem Moment, wenn ich diesen Befehl ausführe, wird jetzt erstmal gefragt, okay, was wollen wir hier eigentlich machen? Wie heißt unser Projekt? Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal mein Minus Portfolio. Und in dem Moment, wenn ich das mache, möchte ich TypeScript nutzen. Nein, möchte ich nicht. Möchte ich JSX nutzen? Nein, möchte ich nicht. Wir haben keinen Router, wir haben keine States, wir haben kein Testing, wir haben auch kein End-to-End-Testing. Linter mache ich jetzt auch mal nicht hinzu, sondern wirklich das Kleinstmögliche. Und wir sehen jetzt hier, mein Portfolio wurde hinzugefügt. Wir kopieren uns diese Dateien, ziehen die mal hier aus dem Ordner raus. In dem Moment kann ich das Ganze hier rauslöschen und wir haben unser Projekt fertig. In dem Moment ist das unsere Basic View-Anwendung, wie sie per Default erstellt wird. Das Ganze können wir jetzt relativ einfach auch mal testen, indem wir hier npm install ausführen und dann im Anschluss npm run dev, um das Ganze dann auch wirklich lokal bei uns mal laufen zu lassen. Und in dem Moment, wenn wir das tun, wurde unsere Entwicklungsumgebung gestartet und ich öffne diese jetzt einfach mal. Und wir sehen hier, unsere Entwicklungsumgebung hat funktioniert. Wir sehen hier eine Webseite, die per Default von View generiert wird. Und jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das Ganze auch auf unseren Server deployed wird. Um das zu machen, müssen wir gar nicht viel tun. Ich wähle hier einfach nur den GitHub-Tab in Visual Studio Code aus, füge unsere ganzen Dateien hinzu. In dem Moment, wenn ich das getan habe, sage ich Create first deploy, sage hier einmal bestätigen und committe das Ganze. In dem Moment wird nämlich jetzt ein Event in unserem GitHub getriggert und wir können uns das Ganze auch mal in Git direkt angucken. Wenn ich jetzt hier in unserem Projekt bin, sehe ich nämlich, ich bin im Mainbranch. Hier sehen wir unsere ganzen neuen Dateien und wir sehen hier auf unserer Action das Create first deploy, also den Commit, den ich gerade erstellt habe, dass der jetzt ausgeführt wird. Wenn wir uns das jetzt mal im Detail angucken, sehen wir hier auch, was der gerade macht. Er erstellt gerade unsere Environment, gleich baut er oder jetzt baut er das Projekt. Das Projekt wurde erfolgreich gebaut. In dem Moment wird jetzt das Ganze auch noch deployed und wir können uns das Ganze jetzt mal in Ionos deploy now direkt angucken, wie das final aussieht. Hier sehen wir nämlich jetzt, wir haben hier unser Portfolio und eine Preview sieht auch schon so aus, wie wir das kennen. In dem Moment kann ich diese Domain hier einfach mal aufrufen und wir sehen wunderbar, es hat funktioniert, es wird korrekt angezeigt. Allerdings ist irgendwie die Hintergrundfarbe nicht korrekt angezeigt, darum kümmern wir uns im Anschluss. Aber prinzipiell hat unser Deployment funktioniert. Wir sehen auch hier, unser Storage Used ist noch weit von unserem Maximum entfernt und könnten eventuell auch noch Einstellungen vornehmen, ob wir das Ganze gerade nutzen wollen oder nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal mit der eigentlichen Entwicklung weitermachen. Das heißt, einmal anpassen unserer Pipeline, dann natürlich ein kleines Portfolio wirklich entwickeln und nicht nur einfach die Default-Anwendung deployen und im Anschluss das Ganze noch mit einem Staging-Branch den Workflow einmal testen und damit machen wir jetzt weiter. In unserem Code gehen wir jetzt hier auf Main, sagen hier Staging, der existiert noch nicht, Create Branch Staging from Main, klicken wir drauf und haben jetzt einen neuen Branch erstellt und damit werden wir unsere eigentliche Anwendung entwickeln und gehen zurück in Visual Studio Code. So, ich habe mir hier in Visual Studio Code ja schon mal unser Repository gezogen und hier klicke ich jetzt drauf und sage, ich möchte gerne den Staging-Branch auschecken, in dem Moment bin ich jetzt in unserem neuen Branch und das Erste, was wir machen, wir gehen mal radikal vor und löschen hier alles in Components raus, gehen hier auf Assets, löschen hier auch unser Logo, die Base CSS raus, das brauchen wir alles nicht mehr, gehen auf unsere App, hier löschen wir alles ins Script raus, gehen hier in den Header, löschen hier alles aus dem Header raus und löschen auch alles in Style. Das heißt, wir haben hier eine kleinstmögliche View.js-Datei, App.View, in dem Moment sehen wir auch, es ist jetzt alles weiß geworden und was wir jetzt machen, ist quasi hingehen und jede Menge Änderungen vornehmen in unserem Projekt, sodass wir ein kleines Mini-Repository erstellen können. So, wir haben hier ein komplett sauberes Projekt und das Erste, was wir hier machen, wir fügen zwei Ordner in Assets ein, nämlich einmal einen Ordner mit Images, mit einem Profil.jpg und drei Schriften in einem Fonts-Verzeichnis. Das sind einfach Basic Assets, die wir für unser Projekt brauchen und das können wir erst mal so lassen und wieder ein Commit erstellen. Was wir jetzt auch noch machen müssen, ist unsere Bilddatei etwas zu überarbeiten und dafür müssen wir als erstes unsere vid.config.js öffnen und wir wollen hier nämlich etwas machen. Theoretisch wollen wir nämlich nicht mit CSS arbeiten, sondern mit SCSS und wir wollen hier, dass Variablen, zum Beispiel Farbvariablen, uns direkt in jeder einzelnen View-Datei zur Verfügung stehen und wir die nicht jedes Mal manuell importieren müssen und dafür haben wir hier CSS. In CSS wollen wir die Pre-Processor Options ansprechen und in diesem Options-Objekt SCSS und hier würden wir gerne ein Value hinzuaddieren und zwar heißt dieses Value Additional Data und hier fügen wir jetzt einfach ein Pass an, nämlich Import und dann aus dem Ordner SCSS in unserem Source-Verzeichnis. Das ist quasi dieses Add hier vorne. Die Datei heißt Variables.scss. Hier fehlt noch ein Komma. Das Ganze können wir so speichern und was wir jetzt machen, wir kopieren uns mal kurz den Dateinamen, klicken auf unseren Source-Ordner, sagen hier New Folder, SCSS. In dieser Folder erstellen wir eine neue Datei, Variables.scss. Das Ganze speichern wir auch und in dem Moment ist das hier schon fertig. Allerdings müssen wir hier noch npm run npm i und dann sass eingeben, damit wir das auch gleich in unserem Projekt nutzen können und in dem Moment, wenn wir das getan haben, können wir npm run dev eingeben und wir sollten jetzt wieder eine Umgebung sehen und wenn wir die ganze mal angucken, sehen wir wahrscheinlich ein weißes Bild. Das ist nicht weiter tragisch für uns, weil wir können jetzt weitermachen mit der eigentlichen SCSS-Datei und im Anschluss mit den eigentlichen Komponenten unserer gesamten Oberfläche kommen. So, los geht's mit dem eigentlichen Coding und zwar der eigentlichen Anwendung. Wir haben hier unsere App.view-Datei und das Erste, was ich mache, ist hier erstmal zu sagen, dass wir gerne SCSS nutzen wollen. Wir wollen nicht, dass das gescoped ist, weil alles, was wir hier definieren soll, global in unserer ganzen Anwendung existieren und das Erste, was wir hier machen, ist von Face zu definieren. In unserem Fall nutze ich hier für die Variable Roboto und das Wichtige ist, ihr seht, ich habe hier nichts importiert, weil über das Skript, was wir im Config angepasst haben, wird diese Variable jetzt automatisch aus unserer Variables.scss gezogen und wir können das hier einsetzen. Außerdem weiß ich, dass wir gerade nur eine Schrift benutzen, was heißt, wir nutzen FontWave 500 und wir nutzen natürlich dann auch die Roboto Regular. Die verlinken wir, indem wir sagen, add, damit referenzieren wir auf unseren Source-Ordner, sagen dort in dem Assets-Verzeichnis, in Fonts, wollen wir gerne die Font und Roboto Regular laden. Das speichere ich jetzt mal ab und in dem Moment wird die Schrift geladen. Das Nächste, was wir machen wollen, ist hier ein bisschen unseren Body und unseren HTML-Bereich stylen und hier das Erste ist natürlich, wie in jedem meiner Tutorials, erstmal den Hintergrund dunkel machen. Das ist das Wichtigste, weil alles andere geht nicht. Das Nächste, was wir brauchen, ist Font Size von 10 Pixel, weil wir wollen in Zukunft mit RAM arbeiten und dann ist eine Font Size von 10 Pixel einfach einfacher zum Arbeiten. und wir sagen hier auch, dass wir eine Weite und eine Höhe von 100% haben. Das speichern wir mal kurz ab und in dem Zusammenhang müssen wir auch sagen, dass wir Margin und Padding wegmachen wollen, damit wir keine Scrollbalken bekommen. Außerdem müssten wir, dass alle Inhalte zentriert sind. Das machen wir, wie in fast jedem meiner Tutorials, einfach mit Display Flex und dann sagen wir vertikal und horizontal gezentert, sodass alle Elemente direkt in der Mitte sind. Das letzte i-Tüpfelchen, was wir in jedem Projekt eigentlich brauchen, ist Sternchen, also jedes HTML-Element, soll das Attribut Box Sizing Border Box bekommen, sodass einfach Margin und Padding korrekt gerechnet wird. Wenn wir das Ganze abspeichern, passiert hier erstmal nicht sonderlich viel. Wenn wir hier in unserem Template-Bereich aber jetzt ein Main anlegen und hier zum Beispiel irgendwas reinschreiben, das abspeichern und nicht das mal highlighte, sehen wir, ganz klein hier in der Mitte steht schon ein bisschen Text. Wir wollen aber hier nicht einfach nur Text reinschreiben, sondern wir sind hier in View und deswegen wollen wir hier eine Komponente. Die nennen wir einfach Hero Card und lassen die so da stehen. Das würde jetzt natürlich nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt abspeichere, passiert hier gar nichts, beziehungsweise wir kriegen wahrscheinlich einen Fehler im Bild ausgeschmissen, sondern wir müssen diese Komponente importieren. Und wovon importieren wir die? Nämlich aus unserem Verzeichnis add slash components und hier aus der Hero Card Punkt View. Aber für alle, die aufgepasst haben, die existiert noch nicht, die müssen wir gleich erstmal erstellen. Aber erstmal müssen wir, wie in View Standard, per Default unsere Komponenten definieren. Das machen wir über die sogenannte Options API. Hier gibt es auch noch die neuere, beziehungsweise wie heißt es, die Composition API, die funktioniert ein bisschen anders. Ich mag die Option API irgendwie lieber, aber das ist Geschmackssache. Hier sagen wir, wir wollen aber eine Hero Card Component. Wie gesagt, die existiert noch nicht. Dazu öffnen wir jetzt hier eine neue Datei in unserem Components Ordner, sagen Hero Card Punkt View, speichern das Ganze ab, speichern das hier ab und in dem Moment passiert ja noch nicht sonderlich viel, weil wir müssen hier erstmal Template, nämlich einmal ein Template Verzeichnis haben und dann ein Skript Verzeichnis. Hier müssen wir erstmal gar nichts reinmachen und auch hier haben wir ein Style und zwar sagen wir CSS SCSS Scoped, sodass alle CSS Attribute, die wir hier vergeben, auch wirklich nur in dieser Komponente sind. Wenn ich hier jetzt ein p-tag reinschreibe mit Hallo, das Ganze abspeicher, dann müssten wir jetzt quasi hier drin eigentlich Hallo sehen. Warum sehe ich nichts? Ah doch, jetzt ist es da. Hier steht Hallo, wunderbar. Das hat also funktioniert und wir können jetzt weitermachen, unsere Komponente ein bisschen auszuformulieren. So wovon ich ein riesen Fan bin, ist sowas hier noch weiter zu zerlegen. Wir könnten jetzt unser ganzes kleines Mini-Portfolio hier quasi reinschreiben. Das würde wunderbar funktionieren, aber ich empfehle jedem, das so schnell wie möglich und so häufig wie möglich in einzelne kleine Sektionen beziehungsweise einzelne kleine Komponenten zu zerlegen. Wir sagen nämlich jetzt hier, wir haben eine Section. Diese Section hat eine Class. Die Class nennt sich Hero-Card, so wie unsere Komponente quasi. Und hier laden wir zwei weitere Komponenten, nämlich einmal Hero-Card-Image und Hero-Card-Intro. Wie man das nennt, ist natürlich eben selbst überlassen. Wir können jetzt hier wieder quasi exakt das hier einmal kopieren, fügen das hier ein und müssen natürlich jetzt hier einmal Hero-Card-Image, hier Hero-Card-Image und das Ganze kopieren wir uns einmal, kopieren das hier nochmal rein, sagen Hero-Card-Intro, Hero-Card-Intro, importieren Intro und importieren Image. Die beiden Komponenten müssen wir natürlich auch gleich noch erstellen, weil so würde das einen Fehler produzieren. Und wir müssen noch hier ein bisschen Code hinzufügen, und zwar sagen wir hier Hero-Card und hier sagen wir einfach Display, Flex. Wir wollen also Flex als Positionierung nutzen, sagen Justify Content, Space Between, also zwischen diesen beiden Komponenten, die in unserer Section sind, wollen wir Platz haben und wir wollen, dass das Ganze in einer Zeile ist, also sagen wir Display, Flex Direction Row, speichern das Ganze ab. In dem Moment passiert nicht wirklich was, weil unsere beiden Komponenten, die wir hier haben, noch gar nicht existieren. Die müssen wir hier auch erst mal erstellen, Hero-Image.View und wir wollen natürlich nicht nur die erstellen, sondern hier noch eine zweite Datei, Hero-Card Intro.View, speichern das Ganze so erst mal ab, machen das hier zu, kopieren uns mal diese ganze Dateigeschichte hier raus, löschen das einmal weg, löschen das einmal weg, löschen das hier einmal weg und löschen unseren HTML-Part. Das kopieren wir hier auch mal, fügen das hier ein, speichern das ab, speichern das hier ab, laden das neu. Wir sehen jetzt hier erst mal nicht sonderlich was, weil das quasi hier einfach einen Fehler erzeugt hat. Das müssen wir wahrscheinlich einfach nur einmal kurz neu bauen und dann funktioniert es eigentlich. So, wunderbar, hat wieder funktioniert und was wir jetzt machen können, wir fügen jetzt erst mal unser Bild ein, würde ich sagen. Unser Bild ist einfach ein kleines Profilbild, was wir in Zukunft nutzen wollen. Das haben wir ja schon hinzugefügt, hier unter Assets, unter Images, Profile, JPG und das Ganze funktioniert so, dass man in der Hero-Card Image sagt, div. und hier Profile-Image. Hier drin haben wir ein normales Image und sagen hier slash Assets slash Images slash Profile.jpg. Speichern das Ganze ab, haben jetzt hier unser Bild, was direkt angezeigt wird und was wir jetzt machen können, theoretisch brauchen wir unser Script-Part in dieser Komponente gar nicht, können wir rauslöschen. Und was immer ein guter Punkt ist, wenn wir eine Größe verwenden, sagen wir Size 20rem, sagen Profile-Image, also sprechen unsere Klasse an und können hier jetzt sagen, als erstes möchten wir, dass das einfach mal rund ist. Dazu sagen wir Border Radius Size. In dem Moment ist es quasi schon rund, aber wir sprechen noch nicht unser Bild an, weil das noch ein Overflow hat. Deswegen sage ich Overflow und hier einfach hin. In dem Moment, wenn ich das Speicher, bekommt es runde Ecken, hat schon mal wunderbar funktioniert und können jetzt sagen, okay, wir haben eine Weite. Das ist ebenfalls Size und eine Höhe ist ebenfalls Size, speichern wir ab und haben hier eine runde Fläche. Was uns jetzt noch fehlt, hier drin das Image, müssen wir anpassen und hier sagen wir With ebenfalls Size. Jetzt ist unser Bild schon mal ein bisschen besser zentriert und wir sagen, dass wir hier einen Abstand haben wollen. Keinen nach oben, 5 RAM, also 50 Pixel nach rechts, keinen nach unten und keinen nach links. Das speichern wir ab und damit haben wir unser Bild hier eingefügt. Ich scrolle hier mal ein bisschen raus, weil daneben müssen wir jetzt ja noch unseren Text teilen, aber diese Komponente kann ich erstmal zumachen und jetzt kommt unser HeroCard Intro.view, also die nächste Komponente. So, in unserer HeroCard Intro Datei wollen wir jetzt erstmal einen Artikel hinzufügen. In diesem Artikel haben wir erstmal einen kleinen, einen P-Tag mit einer Klasse. Diese Klasse heißt einfach Intro minus Hello. Der Text kommt gleich. Das nächste, was wir haben, ist eine H1 Überschrift. Die bekommt nicht mal eine Klasse und dann haben wir noch einen P-Tag mit einer Klasse Content. So, in dem Moment, wenn wir das haben, können wir jetzt in unserem SCSS-Part hier unten hingehen und sagen, okay, wir haben hier erstmal auch eine Klasse und die nennen wir Intro minus Text. So, die kopieren wir uns jetzt und fügen die hier unten ein, aber mit einem Punkt davor, Punkt Intro Text und sagen hier erstmal Color CI White. Das nächste ist, wir definieren eine Max-Wiz, also eine maximale Breite unserer Komponente von 45 Rem, das sind 450 Pixel und sagen jetzt, wir würden auch gerne unseren P-Tag stylen. Unser P-Tag bekommt eine Standard Font Size, in unserem Fall einfach mal 1.5 Rem, aber wir müssen natürlich noch mehr machen und zwar sagen wir einmal, Padding gibt es nicht für unseren P-Tag und Margin gibt es ebenfalls nicht, das speichern wir jetzt mal ab, aber das passiert ja noch nichts, weil wir noch nichts hinzugefügt haben, also wir haben ja keinen Text, den kopiere ich mir frecherweise einfach mal hier rein und zwar sage ich, okay, ich habe hier einen wunderbaren Text und noch ein bisschen mehr Text und dann habe ich hier noch ein bisschen Content. Das füge ich jetzt hier ein, hier haben wir unseren Text, sieht schon mal gar nicht schlecht aus, beziehungsweise eigentlich sieht es schon ziemlich schlecht aus, weil noch überhaupt nichts greift von dem, was wir eigentlich vorhaben. Das sollten wir unbedingt jetzt anpassen. Und so als erstes müssen wir hier mal eine Schriftfamilie definieren, in dem Fall habe ich jetzt einfach gesagt Roboto, damit ist unser Text jetzt quasi einfach Roboto, das können wir aber noch eine Ebene nach oben schieben, sodass auch unsere Überschrift davon gestylt wird. Und was wir jetzt machen müssen, ist hier auch noch unsere H1 zu stylen. Unsere H1 bekommt nämlich auch eine Font Size, in dem Fall von 2.5rem und hier ein Padding von 0 und ein Margin von 0,0,1rem,0. In dem Moment, wenn ich das abspeichere, haben wir hier eine größere Schrift und jetzt müssen wir noch gucken, weil unsere beiden Überschriften, also unsere beiden P-Tags, haben ja einmal Intro.hello. Das machen wir jetzt mit dem und.intro.hello und sagen, wir wollen jetzt nur den ersten Part stylen, also nur diese Überschrift hier und diese Überschrift bekommt jetzt von uns ein bisschen besonderes Margin und zwar 2rem, dann 0,1rem nach unten und 0. In dem Moment haben wir hier ein bisschen besseren Abstand und wir wollen natürlich auch unseren Content auch ein bisschen besser stylen. Dazu sagen wir und.content und in dem Fall gehen wir hin und sagen auch hier, wir haben ein Margin, 0 nach oben, 0 nach links, 2 nach unten und 0 nach rechts. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir sagen hier auch noch Line minus Height und machen damit den Zeilenabstand 1.4em, also machen den abhängig von der Schriftgröße, damit einfach der Abstand zwischen den einzelnen Zeilen größer ist und damit das Ganze ein bisschen optisches Gewicht bekommt, sagen wir hier CI Gray als Schriftfarbe und jetzt ist das Ganze dunkel geworden. Wir können das uns jetzt auch mal in groß angucken, damit man weiß, wie das aussieht, wenn das nicht so zusammengestaucht wird. So würde das aussehen, wenn es nicht zusammengestaucht ist, gefällt mir eigentlich schon gar nicht schlecht. Allerdings bricht das hier ein bisschen blöd um. Das sollten wir noch anpassen. Dazu sagen wir einmal die Größe, machen wir ein bisschen kleiner, gehen hier hoch und sagen, nach dem Und würde ich gerne ein BR, also einen Zeilenumbruch einbauen. In dem Moment kann ich das Ganze jetzt abspeichern und wir gucken uns das Ganze noch mal an. Das gefällt mir schon deutlich besser. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist so ein kleiner Footer mit so einem kleinen Copyright-Claim, den wir auf unsere Anwendung haben und dann ist das Ganze auch schon fertig eigentlich. So, das Nächste, was wir nämlich brauchen, ist ja wie gesagt ein Footer. Dafür stellen wir uns hier wieder eine neue Datei, sagen Footer.view und in dem Moment können wir uns einfach wieder diese, nehmen wir mal das Image, kopieren das mal komplett, fügen das komplett hier ein, können hier den ganzen Style-Part rauslöschen, löschen hier oben den Template-Part raus und was wir hier auch noch brauchen, ist ein Script-Part. Hier sage ich einfach JavaScript-View, habe ich hier Default, weil hier brauchen wir gleich ein bisschen Script und zwar habe ich hier erstmal ein Footer und ein P-Tag und hier habe ich zum Beispiel 2022 Copyright bei max.mustermann.createwithview.com So, hier ist unser Footer, das können wir so lassen. Allerdings gibt es hier ein Problem und zwar in dem Moment, wenn ich jetzt hier so einen Datumswert, den ich ja hier reingeschrieben habe, so drin stehen lassen würde, das wäre nicht gut, weil da müsste ich ja jedes Mal, wenn sich das Jahr ändert, quasi irgendwas an meiner Anwendung verändern. Deswegen definiere ich mal kurz in View eine Variable mit Data und sage hier Return und unsere Variable heißt CurrentYear und CurrentYear beschreibt sich aus NewDate und hier einfach nur Get FullYear und das können wir so lassen. Ich kopiere mir diese Variable raus, gehe hier in unser Template, mache doppelte geschweifte Klammern, füge hier CurrentYear ein, speichere das Ganze ab. Das können wir jetzt erstmal so lassen, gehen hier in unsere App.View und fügen hier unseren Footer hinzu. In dem Moment muss ich das hier oben kopieren, einmal einfügen, sage, okay, wir haben hier unseren Footer, hier unseren Footer und in unserem Template haben wir auch hier unseren Footer. Das muss natürlich richtig sein. So, speichern wir ab und in dem Moment haben wir hier unten, wird hier korrekt angezeigt, unseren Text, den müssen wir natürlich so ein bisschen stylen, dafür schließe ich das mal wieder alles, scrolle hier ein bisschen runter und sage, okay, hier unten habe ich unseren Footer. Innerhalb unseres Footers sage ich Display Flex und hier Justify Content Center, damit das Ganze auch zentriert ist, sage ein bisschen Abstand nach oben von 5 Rem und hier drin haben wir unseren P-Tag. Unser P-Tag bekommt Font Size, in dem Fall sage ich mal 1.2 Rem und eine Color, in dem Fall CI Gray. Wenn ich das Ganze abspeicher, sehen wir, ein Fehler ist noch da und zwar haben wir noch keine Schrift. Das können wir ganz einfach hier rauskopieren und fügen das Ganze hier ein, speichern das ab und jetzt haben wir hier auch eine Überschrift und wenn wir uns das Ganze jetzt mal in groß angucken, sehen wir unsere fast fertige Seite. So, in dem Moment haben wir schon eine mini kleine Web-Präsenz gebaut. Das war jetzt nicht wirklich schwer für uns. Es fehlt noch ein Feature, nämlich Social Media Links, aber ich denke, es wird Zeit, das Ganze erstmal jetzt zu deployen und zwar auf unsere Staging-Umgebung in Ionos Deploy Now und dazu öffnen wir mal kurz wieder Ionos. So, wenn ich Ionos jetzt nochmal aufrufe, sehen wir hier unser Projekt unverändert, aber was schon automatisiert im Hintergrund passiert ist. Wir haben jetzt hier eine Staging-Umgebung, was heißt Staging Deployments, Staging, also das ist unser Branch und auch hier haben wir quasi eine eigene URL. Wenn ich die öffne und hier draufklicke, sehen wir, es ist aber nur eine komplett weiße Oberfläche und das hat einen ganz einfachen Grund. Gehen wir nochmal zurück in Visual Studio Code und hier sehen wir, ich habe drei Commits vorbereitet. Also ich habe drei Commits, gerade ja zusammen haben wir daran gearbeitet und das Ganze würde ich jetzt gerne auch mit unserem Footer, was wir hier noch haben, Final Version, einfach committen, haben jetzt vier Stück. Das Ganze schieben wir jetzt auf unser GitHub und in dem Moment gucken wir uns das dort auch mal kurz an. So, und zwar sehen wir jetzt, wenn wir auf unser Repository gehen, hier Final Version, hier sehen wir, dass das gerade durchläuft im Hintergrund und in Deploy Now selbst sehen wir hier unten jetzt auch, dass hier gerade unser Bild läuft. Wenn das Ganze jetzt abgeschlossen ist und ich jetzt nochmal unseren Space aktualisiere, sehen wir, zack, das Ganze hat funktioniert. Wenn ich jetzt mal kurz die URL hier einblende, sehen wir hier oben auch, das Ganze liegt auf unserem Ionor Space, auf der 366. Die 366 ist quasi die Verbindung zu unserer Staging-Umgebung. Allerdings, wenn ich jetzt unsere Main-Umgebung öffne und die hier oben mal aufmache, dann sehen wir, dass wir hier auf der Standard unserer Produktionsumgebung immer noch den Stand von unserem Master beziehungsweise Main-Branch haben. Also unsere produktive Umgebung ist noch da, aber wir haben unseren aktuellen Entwicklungsstand schon hinzugefügt. Und was wir jetzt machen können, ist, wir gehen nochmal auf GitHub und hier einfach auf Pull-Requests und erstellen einen neuen Pull-Request. Und zwar in Main, also wir wollen unseren Staging-Branch in Main merchen und sagen, neue Version erstellen, Punkt. Jetzt erstellen wir uns hier einen Pull-Request und wenn das Ganze hier durchgelaufen ist mit unseren ganzen Geschichten, bestätigen wir den auch und lassen das Ganze einmal durchbauen. Aber in DeployNow, wenn wir jetzt ein bisschen runter scrollen, sehen wir, das Ganze hat wunderbar funktioniert. Wir haben jetzt quasi durch den Pull-Request einen neuen Bild auf unserer Develop getriggert und in dem Moment, wenn das hier gleich durchgelaufen ist, können wir ja nochmal unsere Umgebung öffnen. Ich aktualisiere hier, zack, unser Bild lief durch und jetzt haben wir auf unseren beiden Umgebungen denselben Stand. Aber natürlich ist das nicht das Ende, sondern eine Entwicklung geht ja weiter. Zum Beispiel haben wir jetzt überlegt, okay, wir würden gerne noch hier ein paar Social Media Icons hinzufügen. Das ist nicht wirklich kompliziert in View beziehungsweise allgemein nicht kompliziert, nicht nur nicht kompliziert in View. Und zwar erstellen wir uns hier für eine neue Komponente, die nennen wir jetzt New File, socialnetworks.view, speichern das Ganze ab, kopieren uns hier einmal diese gesamte Geschichte, machen hier wieder ein bisschen Cleanup raus. Das können wir auch alles rausmachen und das hier oben auch. In dem Moment, wenn wir das getan haben und abspeichern, haben wir eine neue Komponente, die nutzen wir natürlich noch nirgendwo und wir brauchen noch drei weitere Komponenten. Und zwar in diesem Components-Ordner lege ich etwas an, und zwar einen weiteren Ordner und hier mit Icons. In Icons erstelle ich mir jetzt eine neue Datei, die nenne ich jetzt einfach mal Twitter-Icon.view und hier erstelle ich mir nur ein einfaches Template. Template, zack. Und hier kopiere ich mir jetzt ein SVG rein, von Font Awesome in diesem Fall. Das könnt ihr euch einfach reinkopieren, das kann von überall kommen. Dasselbe mache ich jetzt noch zweimal mit GitHub und natürlich auch CodePen. So, nachdem ich die drei Icons hier eingefügt habe, gehen wir hier nochmal auf unsere Hero-Card, beziehungsweise nicht auf unsere Hero-Card, sondern auf unsere Hero-Intro-Datei. Und hier gehen wir jetzt in unseren Artikel, beziehungsweise unter unseren Artikel und fügen hier unsere Social Networks ein. Die müssen wir natürlich jetzt hier noch definieren, was heißt Components, und sagen, okay, Social Networks. Und auch hier müssen wir das Ganze importieren, from und wieder aus unserem Components-Ordner und hier aus Social Networks.view. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und in dem Moment passiert hier natürlich noch nicht viel. Wenn ich hier jetzt aber irgendwas reinschreiben sollte, dann sehen wir hier oben schon den Text, den ich da reingeschrieben habe. Wir müssen das Ganze jetzt aber noch ein bisschen besser anpassen und wir schieben das, glaube ich, einfach mit hier rein, sodass das direkt damit runtersteht. Können das hier zumachen und müssen jetzt nur noch kurz unsere Icons ein bisschen stylen. Um die Icons zu stylen, füge ich jetzt erstmal den Import hinzu, genauso wie gerade eben. Also einmal GitHub, CodePen und Twitter-Icon hier auch wieder definieren als Komponenten und sage jetzt hier oben, wir haben eine Div-Box mit einer Klasse Social-Media-Icon. Okay, das ist erstellt. Dann habe ich hier ein href mit Blank, würde ich sagen. Hier müsstet ihr jetzt natürlich noch euren Link hinzufügen. Das mache ich jetzt mal nicht. Und was ich hier jetzt sage, okay, als erstes, das Wichtigste für jeden Entwickler ist der GitHub-Account. Danach kommen noch zwei weitere. Die kopieren wir uns jetzt einfach mal und sagen hier CodePen und Twitter. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Hier haben wir drei riesige Icons. Das ist natürlich nicht sonderlich hilfreich. Deswegen sagen wir hier drin jetzt Social-Media-Icons. Allerdings, was wir machen müssen, ist das Scoped hier entfernen, weil wir wollen, dass das quasi nach unten hin durchgereicht wird. Und zwar wollen wir hier drin sagen, wenn ein SVG sich darin befindet, dann wollen wir hier Margin vergeben. Zwei nach oben, zwei nach rechts, null nach unten, null nach links und eine maximale Größe von drei RAM. Wenn ich das Ganze abspeicher, haben wir unsere drei Icons schon mal hier zu sehen. Das funktioniert. Und hier drin können wir jetzt sagen Pass. Und hier haben wir einen gewaltigen Vorteil. Dadurch, dass das Ganze mit View direkt als Code und nicht als Bild eingebunden ist, können wir hier drin mit Pass mit Fill arbeiten und hier zum Beispiel sagen CiGray. In dem Moment, wenn ich das mache, kriegen unsere Icons jetzt eine graue Farbe per Default und wir wollen, dass das Ganze später animiert ist. Das heißt Transition 250 Millisekunden. All is in und out. Und in dem Moment können wir hingehen. In dem Moment, wenn wir mit Hover oder mit Fokus über unser SVG gehen, in dem Moment soll unser Pass sich verändern und zwar Fill CI Blue. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Wenn ich jetzt mit der Maus abgespeichert, wenn ich jetzt mit der Maus hier rübergehe, passiert irgendwie noch nichts. Hier habe ich einen Doppelpunkt. Das darf natürlich nicht drin sein. In dem Moment funktioniert es auch. Jetzt haben wir hier unsere Social Media Icons drin. Wunderbar. Das funktioniert. Das Ganze müssen wir natürlich jetzt noch committen. Alles wieder hinzufügen. Schreibe at Social Media Icons als Commit Message. Committe das Ganze, schiebe das auf unseren Server. In dem Moment müsste jetzt hier wieder was passieren, nämlich genau unsere Pipeline müsste anfangen, das Ganze zu bauen. Wenn wir hier auf Actions gehen, dann sehen wir auch hier at Social Media Icons läuft. In Deploy Now sehen wir auch hier, dass unsere Staging-Umgebung läuft. Wenn ich unsere Staging-Umgebung öffne und hier aktualisiere, das läuft jetzt gerade immer noch durch. So, dann hat es funktioniert. Dann sind jetzt unsere drei Icons hier, aber auf unserer eigentlichen Entwicklungsumgebung sind die Icons halt noch nicht zu sehen. Und wir könnten jetzt testen, okay, funktionieren die? Sind die so, wie wir uns das vorgestellt haben? Der Tester könnte drüber gehen und testen, ob sie zur richtigen URL verlinken. Und wenn das alles funktioniert, dann würde wieder dasselbe passieren. Wenn wir erstellen einen Pull-Request, wollen wieder von Staging auf Main merchen, sagen Create Pull-Request, das nennen wir nicht Staging, sondern Add Social Media Icons, erstellen neuen Pull-Request. In dem Moment einmal committen, committen. Und in dem Moment, wenn wir auf Actions gehen, dann sehen wir, dass unser Merge-Request auf Main läuft. Und in dem Moment läuft auch hier wieder unser Bild. Und jetzt dürften wir in wenigen Momenten hier wieder gleich unsere neue Version sehen. Zack, da hat es funktioniert. Jetzt haben wir hier auch unsere neue Version. Und jetzt haben wir unsere Staging und unsere Development ist wieder komplett gleich. Jetzt mit den Social Media Icons. Und so funktioniert quasi der Staging Development Workflow. Und das Ganze ist persönlich ziemlich praktisch. Aber wir sollten uns jetzt noch mal ein paar Vor- und Nachteile von Ionis Deploy Now angucken, bevor es dann dahin geht, das Gewinnspiel endlich aufzulösen. Wie alles im Leben hat natürlich auch Deploy Now Vor- und Nachteile. Und der erste große Vorteil ist einfach die Automatisierung dieses Workflows. Ich kann als Entwickler sehr einfach neue Commits erstellen, Features mir angucken, das Ganze nutzen, ohne wirklich viel machen zu müssen. Und das Ganze steigert einfach die Produktivität und ist einfach praktisch zu nutzen. Der nächste Punkt ist Teamwork. Ich muss niemanden neu in einem Team erst abholen, wie er etwas auf die Entwicklungsumgebung deployen kann oder wie er etwas auf die Live-Umgebung deployt, sondern ich mache einfach nur und komme mit und fertig. Das kann eigentlich jeder Entwickler, denke ich. Und deswegen steigert es einfach das Teamwork im Team der Entwickler. Aber natürlich ist das Ganze dadurch auch sehr einfach zu nutzen. Ich kann neue Projekte hinzufügen mit wenigen Klicks. Wir haben in diesem Video gesehen, wie lange ich dafür gebraucht habe, eine komplette kleine Mini-Webseite quasi zu bauen, zu deployen und einzurichten. Und das Ganze war jetzt nicht wirklich ein Riesen-Act. Der nächste Punkt ist Feedback. Ihr könnt sehr einfach Feedback von Kunden, von Product-Ownern, von UI-UX-Designern, von jedem, der irgendwie Feedback geben muss, einholen. Und das Ganze funktioniert sehr gut, da es direkt im Internet ist und niemand sich erst mal eine Entwicklungsumgebung hochfahren muss oder irgendwas in dieser Richtung. Aber natürlich gibt es auch einige Nachteile und der wohl größte Nachteil für mich ist, ist es kein Node.js. Ich kann hier kein SSR nutzen, also Server-Side-Rendering. Ich kann keine Node.js-basierten Backends hosten oder allgemein andere Backends. Das wäre für mich ein großer Wunsch, dass das bald hinzugefügt wird, dass man nicht nur statische Files hosten kann, sondern wirklich auch ein bisschen Logik-basierte Software. Das wäre ein wirklich gewaltiges Feature. Das würde mich sehr, sehr freuen. Der nächste Punkt, Event-Management. Aber hier würde ich mir wünschen, dass das Ganze direkt in der UI stattfindet. Also, dass ich dort sagen kann, ich möchte, dass mein produktiver Branch nur geupdatet wird, wenn ein neuer Tag erstellt wird oder so etwas. Und das würde ich wirklich, wirklich praktisch finden, weil das nochmal ein bisschen mehr Vielfalt und mehr Einstellungsmöglichkeiten in das Projekt reinbringt. Das nächste ist die rechte Vergabe. Ich kann quasi nicht hingehen und sagen, ich möchte meine Stage-Umgebung mit einem Benutzer und einem Passwort schützen, sodass nicht jeder darauf zugreifen kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Und das hätte ich gerne einfach in der UI, dass ich sagen kann, neuen Benutzer erstellen oder ein Passwort erstellen. Das Passwort kann ich tauschen. Und wenn ich dann auf meine Stage-Umgebung gehe, öffnet sich erstmal so eine Aioners-Seite, wo man sich einloggen muss und dann öffnet sich erst meine Umgebung. Das wäre einfach nur so ein kleines i-Tüpfelchen und sehr, sehr praktisch. Natürlich fehlt jetzt nach diesem informativen Teil noch die Bekanntgabe des Gewinners aus dem Gewinnspiel aus dem letzten Monat, also aus dem 30.000 Abonnenten-Special. Und wer gewonnen hat, gucken wir uns jetzt mal an. Zack, dann suchen wir doch mal. Und wer ist der Gewinner? So, Martin hat gewonnen. Ihr seht hier, er möchte das Ganze gerne als Backend für seine App nutzen. Martin, kontaktiere mich einfach über hello at unleashed-design.de ist in der Videobeschreibung hinterlegt oder einfach auf einem meiner Social-Media-Kanäle, dass wir verifizieren können, dass dein Kommentar wirklich dein Kommentar ist. Ich stelle dann die Verbindung zu Aioners her, sodass du schnellstmöglich dein Guthaben nutzen kannst, um deine App auf die nächste Stufe zu bringen. Herzlichen Glückwunsch von meinerseits. Es tut mir leid an alle, die nicht gewonnen haben, aber es war sicher nicht das letzte Gewinnspiel auf diesem Channel. Und deswegen bleibt einfach dabei und viel Spaß mit dem weiteren Video. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr laut auch jede Menge Social-Media-Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt oder mich einfach mal kontaktieren könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß und ciao.